Ein Apfel, ich sehe einen Apfel. Meins. Nimm ihn dir. Aufhören. Meins. Ich konnte ihn eh nicht aufnehmen. Eins, zwei. Nom 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 nom, das war dein Apfel. Drei. Jaja, mach nur. So. Das Projekt Dahut 2. Dahut. Genau. Aber ich muss mal gucken, vielleicht kann ich noch den... ...Tree Capitator Mod installieren. Ja, der wäre gut. Müsst ihr dann halt auch noch installisieren. Ja, auf jeden Fall. Auf Client Seite. Muss ich mal bei Techit gucken. Weil der ist da dabei. Ich hasse es, wenn die Bäume so riesig sind und man es nicht abbauen kann. Ja, nervig. Deswegen habe ich den Riesenbaum auch gelassen. Muss ich ganz ehrlich sein, weil das mag ich auch nicht. Ja, ja. Versuchen macht Clug. Das stimmt leider. Und wie hat es in meiner Lehre immer geheißen, nicht zur Strafe, nur zur Übung. Genau. Dann können wir ja hier einfach mal ein paar Kisten bauen und dann nach der Aufnahme das ganze Zeug rüberholen. So, dass wir dann nächstes Mal hier anfangen können. Genau, richtig. Okay. Okay, ich glaube, das ist hier alles weg. Alter, dein Handy. Ja. Nee, diesmal nicht. Du meinst, das kann es nicht sein. Dann kann es nur meins sein. Ich schmeiße es mal weg. Alter, dein Handy. Oh, meins. Ja, weil es ist, dass ich das dann selber höre. Ist mir noch nicht. Ja, wenn es zu nah am Kopfhörer liegt, dann ist es möglich. Stimmt. Da haben Sie recht, mein Herr. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So. Was mir jetzt noch ein bisschen hier fehlt, ist Ding, ähm, die Features mit dem drüber swipen über die ganzen Sachen. Okay. So wie es in der 1.5 ist. You know what I mean? Äh, nö. Dass du einfach die Craft-Ding-Rezepte nur erziehen musst. Ach, das geht? Wusste ich noch nicht. Echt? Ja. Ich habe noch nicht so viel gespielt in der 1.5. Na. Was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Das will ich nicht wissen. Nee, ehrlich, natürlich. Okay, vergiss die Frage. Äh, äh. Äh, ja. Alles klar. Das sagt alles. Prost. Mahlzeit. Zieh. Schon fertig. Äh, wo soll ich denn die Kisten mal hinstellen? Ja, lass sie einfach erstmal da stehen. Okay. Passt schon. Ich kümmere mich dann erstmal jetzt wieder ums Haus, dass das hier schick ist. Ich mache hier mal ein bisschen mehr Platz, damit wir hier weiterbauen können. Bisschen Erde weg machen. Äh, haben wir es eigentlich schon... Hast du schon den Mind... Ah, ne. Du hast den Computer für deinen Bildschirm gemacht, oder? Ja, ja, ja. Ich muss es selber gerade überlegen, aber ja. Weil das hätte ich gesagt... Alles noch ändern. Kann man alles ja wieder ändern, oder nicht? Weil dann, ähm... Oh, Schütz. Oh, Schmerz. Ähm. Mining Turtle. Ja, lässt sich doch machen. Klar. Ja, jetzt haben wir ja Diamanten, oder? Drei Stück müssen wir haben. Also, ich habe einen. Lässt sich machen, na klar. Ähm. Soll ich mal schon mal hin und her porten und ein bisschen was holen? Ich meine, ich habe jetzt hier nichts zu tun, sonst. Äh, meinetwegen. Weil, bevor wir da jetzt immer laufen, wäre echt blöd. Cheetah. Du musst nur gleich unterscheiden von wegen, wem was gehört, ne? So ein bisschen zumindest. Wäre, wäre zumindest... Obwohl, nö, Quatsch, nein. Quatsch, mir alles mitgenommen. Ja, was erzähle ich denn auch da? Also, es ist ja blöd zum Weg, was ich gesagt habe. Ja, sortieren können wir ja nachher auch noch. Ich, nee, ich habe gerade mein Ego-Denken gehabt. Das war nicht richtig. Ja, wie immer. Teamfähigkeiten. Ist da nicht was reingeschrieben? Ne, das war der andere Führer. Wir lächst dann jetzt über... Wir lächst dann nicht über Personen, die nicht im Let's Play sind. Ja. Außer über Dennis. Wenn du Eisen mitbringen könntest, wäre das richtig phänomenal, Dennis. Schauen wir mal, was sie da machen lässt. Nö. Keinste dabei? Nö. Ich habe jetzt schon gedacht, du stehst in der Luft, wenn ich das Ding abbaue. Ja. So. Und wieder M. Und wieder weg. Usch. Zapp, zapp. Oh. So. Jetzt muss ich mir eine neue... Ding basteln. Ich habe hier gerade ein Leck. Leck. Leck, leck, leck. Habe ich keine Holz... Ach du Scheiße. Brauchst du Holz? Ich habe dir mal vier hingeschmissen. Holz habe ich schon mitgebracht. Okay. Ganz viel. Oh, wir haben sogar fünf Diamanten. Verrückt. Verrückt. Wo hast du mir Holz hingeworfen? Äh, warte. Irgendeine Truhe. Ah, super. Ah, das ist noch eine Schoffel. Sehr cool. Wir brauchen mehr Truhen. Dann hol dir Holz. Ja. Äh, René, du weißt schon, dass du unterschiedliche Holzfarbe benutzt hast. Im Ernst? Oh ja, tatsächlich. Das sehe ich... Ne, ohne Witz. Das ist in dem Texture Pack. Das erkennst du nur, wenn du genau hinguckst. Weil das hier ist auch falsch. Aber das ist zum Glück nicht ganz so viel. Ne, im Ernst. Da vorne auch noch. Aber sonst ist das ja. Hm. Sollen wir das noch ein bisschen größer machen? Oder wollen wir es so lassen? Was denn? Die Fläche vom Haus. Würde ich erst mal so lassen. Erst mal zumindest. Können wir ja nach oben erweitern. Genau. Okay. Ähm, welches Holz habe ich denn da genutzt dann? Das müsste ja das da sein. Ach, scheiße. Ich brauche was zu essen. Fuck. Äh, und schlafen wäre nicht schlecht. Ja. Sollen wir uns alle samt porten? Alle zusammen. Komm, da stehen wir hier in so einen Kreis rein. Ich weiß nicht mal, wie man sich portet. Du drückst M. Dann auf Waypoints. Warte, M. Waypoints. Okay. Dann hast du ja dein Home. Edit, warte mal. Ne, nicht edit. Nein, nein, nein. Habe ich jetzt hier mein Ding? Oder ist er okay? Alles klar. M. Waypoint. Home. Teleporto. Uff. Hallo. Bazinga. Ich bin im Bett. Ich auch. Äh, jetzt bin ich im Bett. Jo, ah, sehr gut. Hier drin ist es so dunkel. Verrückt. Seid ihr schon wieder, ja. Ja. Ich nehme mal die Betten mit. Jo. Mach das. Kiste ist leer, Kiste ist leer. Okay, das macht es ja. Ich nehme mal meine Engines aber mit, ey. Was denn? Leck mich am Arsch. Da hat mich gerade ein Skelett. Die Drexer. Ja, echt ganz schlimm. So, meine vier Engines. Mein Glas nehme ich auch mit. So. Meine zwei Tanks. Wir haben jetzt schwebende Betten. Oh. Science Fiction. It's magic. 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 Äh, nee. Holz. Holz, 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 Holz. Dunkles Holz. Und zurück. Voll spannend. Ja. Typisch. Aber das ist halt auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, Dennis. Ja. Sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm. Also. Ja, bitte. Ich nehme den Pewter mit den Bildschirmen mit. Kaum ist er umgezogen, schon will er wieder gleich zocken. Ja, hallo, erstmal. Keine Möbel, aber Internetanschluss. Ja, auf jeden Fall. Zack. So, den baue ich auch gleich ein. Schon mal gleich vorab. Nee, oder? Nee, Quatsch. Hier, komm her, komm her. Äh, wo seid ihr? Wo bist du denn? Also, ich bin am Haus. Ah, da seid ihr, da seid ihr. Ich bin New Hood. Stefan, dich brauche ich. Komm her. Irgendwas ist schiefgegangen beim Teleportieren. Oh. Hinter dir bin ich. Machst du Stilettkopf an? Ja. Sag ja, irgendwas ist schiefgegangen. Verstehst du? Aha, okay, alles klar. Tu mich auch. So, bitte schön. Ach, fick dich. Ja, Display, was mache ich damit? Ja, oder brauchst du einen Computer? Computer. Ah, okay, Entschuldigung. Das ist anders verstanden. Äh. Links von dir. Links von dir. Links von dir. Links von dir. Alles klar. Danke. Bitte. Und am besten nimmst du... Na, verdammt. Äh, das Holz von den, ähm, goldenen Bäumen, das ist nämlich das Holz, wo wir, oder wo du da gesetzt hast. Alles klar, perfekt. Wobei, das ist fast egal, wenn ich das jetzt hier sehe. Äh, Mini Turtle. Diese, diese Roten haben das auch. Meaning Turtle, Mini Turtle, Mini Turtle, Mini Turtle. Meaning Turtle. Und zurück. Äh, haben wir schon Eisen da? Ja. Jede Menge. Und zur Not, ich habe auch gerade 10 hier. Ich habe nochmal 10 Copper gerade bei mir. 10 Tiny, 1 Gott, warum er das ist. 10 Engots. Ja, sagt mir nichts. Das ist 10. Ah, 10. Alles klar, das sagt mir was. Äh, das brauchen wir nochmal. So. Meaning Turtle, Computer und eine Chest. Buch. Eine Chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die Sepplinge immer mitnehmen, ne? Ja. Ja, macht es. Sepplinge und Seeds, wenn ihr findet, für die Ölmaschine dann. Ja, ja, und auch zum Nachpflanzen, bitte. Ähm, hat einer noch zwei Eisen für mich, bitte? Ja, hier bei mir, komm her. Ich habe ganz viel. Äh, kannst du mich kurz angöbeln, weil ich bin gerade im Crafting. Wo bist du? Da bist du. In der Craf... Ja, ja, ja. Warte, ich göbel dich an. Warte, ich hoffe, ich treffe. Warte, ich habe es kommen sehen. So, ein Mining Turtle. So. Äh, ein Turtle und eine Diamond Pig's Axe. Äh, Mining Turtle. Oh, toll, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Begehrt ihn. Begehrt ihn. Ups, C-Watt. Oh, krass. Mining Turtle. Alter, das ist nicht mehr mein Handy, ey. Das kommt von außen. Das ist bestimmt der britische Geheimdienst. Ich habe... Du hast schon wieder das falsche Holz genommen, René. Hä, bin ich... Oh, ich habe den Holz genommen. Das kann doch nicht sein. Doch. Das ist doch scheiße. Das hier ist auch komplett falsch. Ne, ich habe es doch tatsächlich. Krass. Warte mal. Ich sage doch nur von den Goldenen. Ne, 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 entschuldige. Das... Ich habe tatsächlich das falsche gerade noch genommen. Das habe ich gerade im Inventar noch gehabt. Oh, Junge. Denn das brauche ich. Siehste, weil hier habe ich jetzt das Richtige. So. Ofen haben wir ja noch keinen, oder? Hä? Wo ist der Mining Turtle hin? Den habe ich in die Kiste gepackt, weil ich ihn gerade aufgenommen habe. In welcher... Ah, da. Okay. Weil, den will ich jetzt noch benennen. Dummkopf. Äh. Label set... Digger. Label set to Digger. Sehr schön. Was geht Digger? Weil, wenn man denen nämlich einen Namen gibt, kann man da die Programme direkt einsprechen und die gehen nicht verloren. Ach so, ich habe gedacht, dann hast du eine engere emotionale Bindung dazu. Ja, das auch. Das kann wieder... Ich habe schon was Dickes in der Hose. Da braucht man keinen Digger. Ja, ehrlich so. Bam, bam, bam. Ja, das nenne ich mal einen guten Nutz, ey. Ich weiß. Ja, gut. Ich mache mal den Boden. Mach mal. Und ich teleportiere mich mal wieder weg. Viel Spaß. Ja, voll. Super. So, Boden. Oh, nein. Okay, meine Hütte ist jetzt leer. Meine Bienenhütte. Also, da ist noch was. Ne, da ist noch was. Ich bin zu blöd zum Steine setz... Äh. Holz setzen. Kommt zu mir. Mein Pegasus. Was haben wir denn da noch? Sand. Oh, Boden. Bam. Man muss... Ah, ne. Man muss ja nicht aufpassen. Man suffocated ja nicht in den Boden. Das wäre richtig uncool. Holz, Holz, Holz. Welches Holz benutzt ihr da, dass ich das nicht nehme? Das... Ähm. Ja, das ist nicht drin, was wir benutzen. Okay. Das ist nicht drin. Untertitelung des ZDF, 2020